Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist wieder Freitag, es ist Zeit für XRP und wir schauen natürlich auf den Chart, wir schauen natürlich auf die News, was gab es diese Woche, was gibt es momentan aktuell für irgendwelche News und ja, was macht der Chart? Es hat sich nicht wirklich viel getan, wir sind immer noch ziemlich am gleichen Stand wie letzte Woche. Trotzdem einen schönen Retest, wie wir es besprochen haben, den haben wir auf jeden Fall bekommen. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch einen Kommentar unten drin lassen, einfach um den Algo ein bisschen auf YouTube zu pushen und gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc., auch zu XRP, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr im Endeffekt auch XRP traden möchtet, schaut euch gerne BingX an, meine Partner Börse, dort kriegt ihr momentan immer noch die 20 und 30 USDT Trades for free. Einfach nur anmelden, Börse austesten und das war es dann im Endeffekt schon. Und ja, damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Chartanalyse, gehen aber erst einmal in den 4 Stunden Timeframe und wir traden momentan bei ungefähr 0, ja knapp 0,50 USD. Durch den ganzen Bitcoin Pump oder beziehungsweise Bitcoin und Ethereum hat XRP noch nicht so wirklich nachziehen können. Wir hatten gestern mal so einen kleinen Lichtblick in Richtung 0,52. Das war es dann aber auch schon wieder, wurde sofort abverkauft und ja, so war es dann auch im Endeffekt. Letzte Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, dass so ein Hit ins Golden Pocket mit einem doppelten Boden perfekt wäre. Genauso kam es dann auch, nachdem das Video dann veröffentlicht wurde, ich glaube ein paar Stunden später, Bullish Divergence einerseits auf dem 4 Stunden Timeframe und natürlich auch auf den kleineren Timeframes gebildet. Daraufhin diesen doppelten Boden, die Liquidität darunter abgegriffen. Und was ganz, ganz wichtig war, da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir weniger Liquidität als unter diesem ersten Tief hatten. Und genauso kam es, daraufhin XRP gepumpt, nochmal ein Retest hier ein bisschen vollzogen und weiter gepumpt bis halt eben gerade auf diese 0,52. Jetzt wieder so ein leichter Abverkauf, der Trend ist aber meines Erachtens nach noch intakt. Und wir haben hier noch ein bisschen deutlich, deutlich aufzuholen natürlich. Nachdem Bitcoin und wie gesagt Ethereum deutlich nach oben hingeschossen sind und XRP eigentlich momentan wenig gemacht hat, auch die Hinman Dokumente zeigen momentan wenig Wirkung. Klar, es waren glaube ich 15.000 Seiten, die muss man auch erstmal lesen. Und ja, Bürokratie, ihr kennt das in Deutschland, ich glaube in den USA ist es teilweise nicht besser. Da zieht sich das natürlich alles noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall brauchen wir ein signifikant höheres Hoch. Wir müssen, und da mache ich jetzt mal ganz kurz dieses übergeordnete FIP weg, wir ziehen uns das kleine FIP-Level von unserem Fake Pump, wo die Hinman Dokumente veröffentlicht wurden, bis jetzt. Da seht ihr auch, okay, wir sind direkt ins Golden Pocket reingekommen hier wieder. Und da müssen wir auf jeden Fall rüber. Wir müssen die Marke von 0,53, jetzt einfach mal ein bisschen höher angesetzt, 0,53 mit einem 4 Stunden Close am besten durchbrechen. Dann ein Retest, wäre sehr, sehr gut, um dann, sage ich auch mal, dieses höhere Hoch bei den 0,56, 6, 3 rauszunehmen. Und dann ist, wie gesagt, unser übergeordnetes Ziel weiterhin bei den 0,61 US-Dollar Cent erst einmal. Das ist unser nächster signifikanter Widerstandsbereich, das schauen wir uns ganz kurz auf dem Daily noch an. Der resultiert hier oben aus dieser Supply Zone und eben aus dieser Konsolidierungsphase. Also das sind so die nächsten Ziele, die ich jetzt erst einmal sehe. Aber wie gesagt, wir müssen durchs Golden Pocket, dann die 0,56 und dann ist das nächste Ziel die 0,60er Marke erst einmal. Für uns ist jetzt nicht die bullischste Chartanalyse, die ihr jetzt vielleicht erwartet habt, aber trotzdem, Step by Step gehen wir hier raus. Und was man auch noch sehen muss, wir haben diesen signifikanten Downtrend, den wir seit zwei Jahren bilden, jetzt nochmal schön eben mit diesem Golden Pocket, wo wir uns drüber unterhalten haben, schön drüber geschlossen. Wir haben zweimal WIGs und Liquidität geholt und den Retest damit vollzogen, aber um diesen Downtrend auch jetzt wirklich endgültig zu sprechen, brauchen wir eben auch dieses höhere Hoch. Und das haben wir noch nicht, deswegen müssen wir immer noch so ein bisschen auf die Bremse drücken und noch nicht zu stark aufs Gaspedal drücken. Einfach noch ein bisschen vorsichtig und abwarten. Dann habe ich noch zwei News für euch. XRP Schockprognose. XRP wird den Fall nicht gewinnen. Hier ging es nie um das Gesetz. XRP war zum Tode verurteilt und Garys Aufgabe ist es, es auszuschalten. Ja, ganz schöne, harte Prognose hier von Max Kaiser. Ich hoffe, ich spreche es hier richtig aus. Ja, schauen wir einfach mal, ob es wirklich so kommt, weil ganz ehrlich, so langsam muss man wirklich auf den USA-Markt scheißen. Muss ich jetzt ganz ehrlicherweise mal so sagen, weil dafür gibt es dann wieder andere gute News. Ripple erhält Lizenz in Singapur und das für mich sowieso, ich habe mich schon länger verfolgt, weiß Singapur, Hongkong und so. Also dieser ganze asiatische Markt wird für mich persönlich, meine Meinung, die nächsten Jahre dann immer, immer mehr zum Hotspot. Auch für, ich sage jetzt mal, Aktien etc. Einfach ein großes Handelszentrum, was da entstehen wird und dann ist sowas natürlich perfekt, wenn Ripple hier schon mal die Lizenz erhält. Also für mich ist das alles nur noch USA gegen China, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Betrifft natürlich auch Ripple in dieser Hinsicht, weil USA komplett dagegen schießt mit dem SEC-Prozess und so und die SEC ja sowieso lächerlich ist. Aber gut, das sind alles andere Themen, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt, dass hier die Lizenz erworben wurde. Ripple hat eine grundsätzliche Genehmigung von der Singaroischen Regulierungsbehörde für den Betrieb in der Sonderwirtschaftszone erhalten. Sehr, sehr gut und da schauen wir jetzt einfach mal, wie es geht. Also so dramatisch, wie diese News ist, widerspricht sich dann wieder diese News. Der Chart macht im Endeffekt auch die News. Da fehlt uns das höhere Hoch, um wirklich mal wieder bullisch zu sein. Also warten wir einfach weiter ab. Chart-Analyse kurz und knapp, die wichtigsten News. Man sollte immer mal beide Seiten so lesen, bearish, bullisch und sich dann die eigenen Schlüsse aus dem Chart da noch ein bisschen rausziehen. Auf jeden Fall war es das wieder. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Freitag wieder zu einem Update-Video wieder. Das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Gerne BingX noch als Partnerbörse austesten. Und heute kommt um, oder heute kam dann, bis das Video erscheint, die neue Podcast-Folge raus. Würde mich freuen, wenn ihr da auch gerne mal vorbeischaut. Geben uns sehr, sehr viel Mühe, auch mit aktuellsten Themen. Gut, dann war es das von mir. Wir hören uns morgen früh zum nächsten Video wieder. XRP nächsten Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto und ein schönes Wochenende.